Okay, wir fahren einfach mal fort. 5. November 2038. Ich werde gerebooted. Okay, also ich bin jetzt wieder im Laden, ne? Okay. Was kann ich jetzt tun? Das ist derjenige, den wir vom Dach gestoßen haben, ne? Okay, okay, okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Hä? Ich bin jetzt ein neuer Bot, oder wie? Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil das ausschaut, Leute. Ich freue mich auf das Spiel. Hier ist der Tag. Okay, also klassischen Androiden, ne? Wie man sie kennt. Kann ich das auch beschleunigen irgendwie, oder? Wir ziehen uns das noch rein, oder? Ich finde das so geil emotional gemacht hier. Spricht mich komplett an. Okay, die Androiden. Androiden. Okay, klassisches, klassisches Spannungsverhältnis, ne? Arbeitslos, weil Androiden. Klassische Krise wieder. Hm. Sie klauen unsere Jobs. Ja, diese Aussage kennen wir ja. Mal sehen. 5. November 38. Wir sind jetzt also Karin. Kara, entschuldige mich, Karin. Hä? Noch mal einen anderen. Aha. Good looking guy. Habt ihr diese Grafikfehler auch drin? Geht's mal reiben darf Bellini. Was sind das für Grafikfehler hier? Oh mein Gott, was ist das denn? Ähm. Aller Anfang ist schwer. Ja. Ja. Geht's mal auf hoch, oder? Obwohl. Sagt zwar schon, Ultra ist okay. Okay. Ist besser, ne? Okay. Also nochmal. Prolebestellung. 8.47 bei Malerei Bedarf. Bellini ab. Oh, wo ist das? Okay. 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 Ist halt natürlich schon die Frage, warte auf grünes Licht. Oh shit. Wo muss ich denn hin? Da geht's schon. Da. Oh. Entschuldigung. Da hat er die rechte Maustaste gedrückt, um das GPS zu benutzen. Alles klar. Ist halt schon die Frage, wie man... So. Also. Ich mein... Wisst ihr, das hat man ja heute mit Glittering, ne? Aber ja, der Andrine putzt ja weg, ne? Aber ist natürlich schon so, wenn wir das die Möglichkeit hatten. Boah. Stellt sich halt schon die Frage, wie geht man mit den Androiden um? Also. Eigentlich sind sie ja einfach nur Software. Eigentlich, ne? Man macht sie halt einfach menschlicher für uns Menschen. Ist jetzt natürlich die Frage... Soll man die menschliche machen? Ja oder nein? Aber jetzt sieht alles schon mega geil aus, oder? Äh. Wo muss ich hin? Hier. Rein da. Wo kann ich denn rein? Rein da. Das ist halt der Punkt. Sind halt Maschinen. Ja, auf jeden Fall. Also. Eigentlich, weißt du? Eigentlich sind es einfach nur Maschinen, ja? Aber ist halt doch der Punkt, ähm... Wie geht man damit um? Respektvoll, ja oder nein? Das Problem ist ja eigentlich nur, dass wir menschlich gemacht wurden hier. Machen wir. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Wie heftig ist das denn? Stellt euch das vor, wie heftig das ist. Geht geholt. Nimm den Bus nach Hause. Alles klar. Tschüss, du Betrüger! So. Das benutzt folgende Taste, um den Kamerawinkel zu ändern. Alles klar. Das ist ja jetzt... Das muss ich jeweils selber machen. Oh Gott. Okay. Wo ist der Bus? Warum kann ich jetzt kein GPS mehr sehen? Da ist der Bus, Signe. Hä? Was ist da denn das eigentlich? Temporary... Das ist jetzt zum Beispiel ein geiles Beispiel, ne? Soll man die Androiden temporär parkieren, oder nicht? So quasi wie den Hund draussen, ne? Kann man natürlich auch die Androiden... Ähm... Ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Maschinen! Meine Damen und Herren, sollen uns dienen! Und... Oh oh. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Aha. Seht euch das scheiß Ding nur an. Glaubt unsere Jobson kann nicht mal aufstehen. Ja. Zeig sie ihm. Mach den fertig. Anniose aufzud die Arme. Zeig sie ihm. Ja. Schnapp sie euch. 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 Schnapp sie ihm. Schnapp sie ihm. Haa. Du schnapp bin ich da. Verpasst ihm nachräumum. Ja. Ja. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Rassismus. Ja, ich weiss schon, was du meinst. Okay. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Das klassische Verhalten, wenn jemand Angst vor etwas hat, ne? Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Sachbeschädigung. Oh Mann. Na los. Geh weiter. Äh, Junge? Was denn? So. Er fällt einfach weg. Wir nehmen mal den Buß hier, ne? Oh, Leute. Das Ding ist... Das Ding ist halt folgendes, ne? Wir stellen uns das... Uns... trifft das jetzt, ne? Dass da hinten eine Androidenstelle ist. Aber der Androide, der fühlt ja überhaupt nichts. Also von daher... Dem ist das scheißegal. Deshalb, äh... Ist für jeden wie kein Problem. Wir müssen das Ganze einfach rationaler sehen. Dann ist das eigentlich nicht so schlimm. Also wenn da einfach jetzt, sagen wir mal, die Nummer 1 da hinten stehen würde... Würde uns Menschen das überhaupt nicht, äh... nahe gehen. Das Ding ist... Untertitelung des ZDF, 2020